Ich lerne Deutsch. Nummer 13916 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Meine Tochter und ich sind ein echtes Dreamteam. Meine Tochter und ich sind ein echtes Dreamteam. Das wird sie auch bestätigen. In der Geschichte gibt es viele Berichte über übernatürliche Ereignisse. In der Geschichte gibt es viele Berichte über übernatürliche Ereignisse. Betont, dass historische Aufzeichnungen oft Ereignisse erwähnen, die nicht durch natürliche Erklärungen verstanden werden können. Wie steht mir dieser Hut? Passt er zu meinem Kleid? Wie steht mir dieser Hut? Passt er zu meinem Kleid? Siehst du die Möwe? Sie fliegt hoch am blauen Sommerhimmel. Wir verkaufen Solarmodule in verschiedenen Größen und Ausführungen. Wir verkaufen Solarmodule in verschiedenen Größen und Ausführungen. Wir verkaufen Solarmodule in verschiedenen Größen und Ausführungen. Ich bin jetzt vor dem Gerichtsgebäude. Ich kann dich aber nirgendwo sehen. Ich bin jetzt vor dem Gerichtsgebäude. Ich kann dich aber nirgendwo sehen. Ein Mikroskop ist ein besonderes Gerät, mit dem man ganz kleine Dinge genauer betrachten kann. Ein Mikroskop ist ein besonderes Gerät, mit dem man ganz kleine Dinge genauer betrachten kann. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ein Mikroskop ist ein besonderes Gerät, mit dem man ganz kleine Dinge genauer betrachten kann. Ein Mikroskop ist ein Besonderes Gerät.